Die moderne Medizin ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein überaus leistungsfähiger Bereich, welcher mit modernster Technik, Verfahren und Behandlungsmethoden die beste medizinische Versorgung durch ärztliche Spitzenleistungen und beste Diagnostik für die Patienten garantiert. Und doch sind es gerade hier die auf den ersten Blick unscheinbaren Ideen, die in den Klinikalltag mehr menschliche Wärme gerade für die kleinen Patienten bringen. Gelegen im Herzen des Thüringer Waldes ist die Firma Baddle Maze aus Zellamelis seit ihrer Gründung im Jahre 1884 weltweit für sein breites Angebot an Qualitätsstimmgabeln bekannt. Der stets von der Firma Baddle Maze geführte Betrieb begibt sich mit seinem soliden handwerklichen Können, der bewährten konventionellen Technik, aber auch den modernen Maschinen, gepaart mit innovativen Ideen auf neues Terrain. Die Firma Zellamed Instrumente ist weltweit der einzigste Hersteller von kinderfreundlichen Diagnoseinstrumenten wie Stethoskope, Reflexhämmer oder auch Blutdruckgeräte. Wir haben mit den Universitäten in München und Erlangen neue Generationen von Stethoskopen entwickelt. Oder auch bei den Reflexhämmern haben wir flexible Stile im Einsatz, die den Patienten ein angenehmeres Empfinden beim Reflexeprüfen vermitteln. Wir haben großen Wert auf kinderfreundliches Design gelegt. So haben alle Instrumente bei uns ein Gesicht. Auch Ohrenspiegel oder Augenspiegel verleihen jetzt nicht mal diese Angstcharakter, sondern sieht alles aus wie Spielzeug. Stethoskope und Reflexhämmer hat Zellamed zwar nicht erfunden, die jedoch ständig verbessert und weiterentwickelt, um Diagnosen effektiver und sicherer zu machen. Die Instrumente fertigt die Firma Zellamed komplett in den eigenen Hallen. Moderne CNC-Maschinen, 120 Jahre Erfahrungen im Präzisionsinstrumentenbau und das hervorragend ausgebildete Fachpersonal garantieren dabei eine gleichbleibende hohe Qualität der anspruchsvollen Produkte. Die Instrumente werden aus ausgesuchten, hochwertigen Materialien hergestellt. Das Finishing, also die Bemalung der Stethoskop- und Reflexhammerköpfe, erfolgt von Hand. Auch die Montage der Einzelteile ist Handarbeit. Hier wird die hohe Qualität eines jeden einzelnen Produktes noch einmal geprüft. Eine Zertifizierung garantiert höchste Produktqualität. Seit 2003 entstanden mehr als zwei Dutzend neue und patentierte hochwertige Qualitätsinstrumente für Neurologie, Pädiatrie, Kardiologie und Veterinärmedizin. Nach der Montage verpackt die Mitarbeiterin das Stethoskop oder den Reflexhammer sicher und das Instrument gelangt ins Lager, wo es auf seine Auslieferung zum Kunden wartet. Übrigens, unsere Instrumente erhielten mehrfach Auszeichnungen. So beispielsweise 2005 auf der Internationalen Erfindermesse in Genf eine Silbermedaille. Die Vielfalt unserer Instrumente bietet für alle Einsatzzwecke die passende Lösung. Unsere Stethoskope sind mit einem patentierten, antibakteriellen, weichwarmen Silikontrichter ausgestattet. Durch die Beschichtung mit Nanosilber wird das Stethoskop selbstständig keimfrei. Und natürlich sind sie kinderfreundlich, nicht zuletzt durch das sympathieschaffende Gesicht. Die Instrumente der Firma Celamed haben für uns Kinderärzte zwei entscheidende Vorteile. Zum einen sichtbar das Design, welches sehr kinderfreundlich ist, damit Kindern wesentliche Angst vor der Untersuchung nimmt. Und zum anderen natürlich die Funktionalität, die Akustik der Stethoskope ist ausgesprochen gut. Und aus meiner Sicht vielen anderen Stethoskopen sogar überlegen. Unsere Reflexhämmer der verschiedensten Größen kann man schon an den Farbsinnringen, am patentierten, flexiblen Stiel erkennen. Alle Modelle können mit einem Pinsel am Stiel oder mit einer roten Glaskugel für Blickfeldprüfer ausgestattet werden. Der farbige Leichtmetallgriff besitzt ergonomische Griffmulden. Und auch hier besticht das kinderfreundliche, einzigartige Design. Auch unsere Otoskope, welche der Inspektion des Gehörganges und der Untersuchung von Mund- und Rachenraum dienen, werden nach den hohen Ansprüchen des Hauses Celamed konstruiert und hergestellt. Weitere präzisionsgefertigte Instrumente runden die Produktpalette von Celamed ab, wie die Retina-Scheibe zur Prüfung der Sehtüchtigkeit von Neugeborenen oder die Nystagmus-Trommel, welche ebenfalls in der Kindermedizin ihren Einsatz findet. Begehrte Produkte sind unsere Kits mit einer Kollektion von verschiedenen Instrumenten. Auf das Neuro-Kit mit seinen elf verschiedenen Instrumenten greifen Neurologen gern zurück. Das Pedia-Kit vereint im strapazierfähigen Koffer sieben Instrumente, die zur Grundausrüstung eines jeden Kinderarztes gehören. Ganz egal, für welches Celamed-Instrument sich der Mediziner entscheidet. Er wird sie ein Leben lang nicht mehr aus der Hand geben wollen. Celamed – Instrumente fürs Leben 71-Abbels 52. 37. 45. 45. 45. 46. 47. 46. 45. yazar, 57. 47.